Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Firewatch weiter und ich habe immer noch keine Bärenspuren gefunden, aber dafür habe ich etwas anderes gefunden, nämlich das hier. Wir sind übrigens wieder am Ausgangsort, also ich bin nochmal zurückgegangen und ja, da habe ich jetzt einfach mal dieses Clipboard hier gefunden und vielleicht geht es ja damit weiter. Okay. So, was haben wir denn hier? Was? Und ich erst. Wie geht's Firewatch hier? So, kann ich jetzt genau Datum, wann wir miteinander gesprochen haben. Tag 64. Would you kill Paul McCartney? Tag 70, das haben wir gar nicht mitbekommen so live. Would you kill Paul McCartney to bring back Jim Hendrix? Absolutely. Me too. Me three. What's your favorite music? Was zum Teufel. Okay. Ich bin wieder beunruhigt. Ein ganz klein wenig. Was geht hier vor? Ich habe hier auch eine Walkie-Talkie gefunden. Äh, okay. Es geht in den Sch***haus. We'll get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. Will do. Ow. Henry, are you there? What happened, Henry? I... Holy hell, I just... I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with... What? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone. Along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I... 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 I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Uh... Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's... It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It... It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll... I'll start hiking that way now. God damn it. My head. Are you... Are you sure you saw what... What you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. That's just... Oh, this just seems like a... Like a misunderstanding or something. There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, Dee? I don't know, Henry. This sounds... Crazy. Yeah, and you're not the one who just saw our words on a clipboard out in... In the middle of nowhere. Those words were from two weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from three, four, or five weeks ago? Our entire relationship... Friendship... Our... Our whole summer... Someone is out here with the walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. What do you think is going on behind that fence? Apparently a lot of following you around, taking notes. Which is un-fucking-believable, Henry. Yeah, you're telling me. Alright, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know, what I find. Okay. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah, okay. Hike safe. Möchte es nicht großer machen, als es vielleicht ist. Ja, es ist unter Umständen durchaus richtig. Aber ich wurde hier in diesem Park jetzt eben gerade tätig angegriffen von einer mir gänzlich unbekannten Person, die mich zum Glück am Leben gelassen hat, davon abgesehen. Aber ich hätte jetzt auch zuerst gedacht, die verschleppen mich irgendwo hin. Wow. Also, ich bin gerade komplett überfordert von der Situation. Das Spiel... Ja, also... Man ist... Man kann immer wieder irgendwie überrascht sein, in welche Richtung das Spiel dann plötzlich wieder geht. Also... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das alles nicht, was hier vor sich geht. Hat das vielleicht auch etwas mit verschwindenden Mädchen zu tun? Irgendwas geht hinter diesem Zaun jedenfalls vor sich. Und... Na gut, das Clipboard wurde mitgenommen, hat er ja gesagt. Das heißt, dem komischen Typen, oder wer auch immer uns zusammengeschlagen hat, dem ging es in erster Linie darum, dass wir es nicht weiter mit uns herumtragen. Aber... Damage Tree, Chopped Down. Ist sicherlich eine gute Idee, aber wir haben noch nichts, um es down zu choppen. Aber das wäre eine Möglichkeit, um dann darüber zu kommen. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Wir können hier jedenfalls noch nichts machen, weil wir aktuell nichts mit uns herumtragen. Was... Diesbezüglich helfen könnte. Na gut. Nehmen wir mal so hin. Der Zaun. Okay, ich bin auf der Fence. Ich sehe nicht jemanden, aber ich bin nicht sicher, dass ich ihn überprüfen kann. Wie groß ist es? Groß. Es geht in beide Regeln. Acker. Was ist hier draußen? Was auch immer es ist, jemand will, dass jemand es nicht wissen will. Manchmal werden Biologen ein kleines Bereich, um Flora zu studieren, aber das sind nur ein paar Quadratmeter. Wir haben ein Tor gefunden. Wapiti. Okay. 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 Um, I've given it the good college try. Uh, no dice. Oh, shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Okay. Look for controlled burn south of Ruby River. Und wer war wo Ruby River? Wie? Ruby River, da. Ah. Das ist ein ganz schön langer Weg. Das wisst ihr, oder? Ich hoffe, das wisst ihr. Na gut. Da werden wir jetzt eine Weile für joggen müssen, um da dann schlussendlich hinzukommen. Aber okay, uns bleibt hier dann nichts anderes übrig. Oh Gott, das interessiert mich jetzt. Es interessiert mich wirklich, in welche Richtung das Ganze jetzt hier tatsächlich geht. Und etwas sehr super Mysteriöses oder, ja, keine Ahnung. Aber das kann ja nicht nur, das kann ja nicht nur eine einzige Person für diesen großen Zaun da verantwortlich sein. Also, dem müssen ja mehrere Personen aufgestellt haben. Das muss ja eine ganze Organisation getätigt haben. Also, deswegen. Das ist irgendwie sehr, sehr mysteriös hier mit dieser Geschichte. Und warum es für diese Leute, also warum die Mädchen verschwunden sind, könnte ich mir vielleicht zurecht reimen. Weil die vielleicht auf sehr dümmliche Art und Weise vielleicht den Typen in die Quere gekommen sind. Die für den Zaun verantwortlich sind oder so. Wieder Musik. Ich meine, ist zwar nicht die feine englische Art, quasi gesehen, dass die Mädchen dann direkt aus dem Verkehr gezogen haben. Aber offenkundig war es ja wichtig oder so. Na gut, ist es in dem Moment aber auch nur eine Vermutung. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz frage ich mich dann jetzt halt in dem Moment, warum war es so wichtig für die Leutchen, die Gespräche zwischen mir und Delilah zu belaufen. Hey, ich hab' geholfen. Dinge sind normal mit allen anderen. See? Well, are the other Lookouts telling the truth? Of course. Why wouldn't they be? I don't know. Maybe someone told them not to? You're suggesting that you and I are actually being watched by whom exactly? You know, people. As opposed to, what, aliens? Maths scientists? The CIA? Wild separatists? The fucking Illuminati? Come on! Look, you should have seen this clipboard, Delilah. Yeah, I guess I should have. Alright, I'm headed toward the camp anyway. Okay, keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground. Kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, uh... I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry... It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not. Okay, let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. I'm not sure if you believe in this clipboard. I'm not sure if you believe in this clipboard. gesehen hat, nicht sie. Von daher kann ich ihr das schlecht. Hoffentlich haben wir recht. So hundertprozentig sicher kann man sich da eigentlich mittlerweile nicht mehr sein. Aber na gut, ist schon alles in Ordnung. Irgendwie der Gedanke, dass wir da täglich angegriffen wurden, es kam so überraschend einfach. Man fühlt sich da tatsächlich jetzt so ein ganz klein bisschen verletzlich. Aber aus dem einfachen Grund, weil wir ansonsten gänzlich allein hier unterwegs sind in dem Park, dass es keine NPCs oder irgendwie sowas in der Art gibt. Aber das finde ich bei solchen Spielen, insbesondere bei Spielen aus der Ego Perspektive ja generell immer sehr unheimlich, eigentlich fast schon. Ich meine, es würde mir unheimlich Angst einjagen, wenn jetzt hier plötzlich doch irgendwo ein NPC herumstehen würde, beziehungsweise einem normalen, mehr oder weniger normalen Tagesablauf nachgehen würde. Weiß ich nicht, das würde mir irgendwie zu denken geben. Oh, das große Feuer geht nicht überall, hm? Nein, das ist weshalb diese Leute kamen, um diese Linie zu brennen. Es ist an der Stelle, wo wir alles, was wir tun können, ist, dass wir darauf achten. Sie werden es nicht versuchen, es rauszuholen? Nicht noch, wahrscheinlich. Okay. Na gut. Ist wahrscheinlich so. Ich kenne mich mit dem Ausmachen von großen Feuern nicht aus. Die werden schon das Richtige tun. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. So, das war der Weg, den wir damals unabsichtlich gegangen waren und wo wir mitbekommen hatten, wie Delilah scheinbar mit einer anderen Person gesprochen hatte. Ähm, auch wenn wir es nicht genau wissen. Schon wieder Musik. The big fire. Wenn wir es Delilah genannt hätten, dann würde jetzt die Delilah stehen, ja? Könnte sehr gut sein. So, ähm, Scout Camp. Genau dort sollen wir hin. Na gut. Sollte ja im Bereich des Möglichen liegen. Ich kann ja einfach durchgehen, oder? Ja. Kein reißender Fluss. Eher absolut knietief und naja. Da kommen wir fast trockenen Fußes herüber. Ich würde es total lustig finden, wenn bei irgendeiner dieser Kisten mal der Code 1, 2, 3, 4 nicht funktionieren würde. Eine weitere Notiz. Ron. Really wish the powers that could be issue as radios that didn't suck ass. Most of the time I'd prefer to keep things pen to paper, but every once in a while it would be nice to get a hold of you right away. My sister keeps leaving me messages at the main office, but I don't think she gets that I took the job so I wouldn't have to deal with her or mom. I've been sitting at the spot for a while now, thinking about what to say to her, but I'm a quarter way through a bottle of fives instead. Miss you, Dave. Okay. Oh, das ist doch mal ein bisschen Toilettenpapier. Das ist doch mal was, was man tatsächlich gebrauchen kann. Und hier gibt es noch mehr Bücher. One Shanks to Die. Richard Sturgeon. Der hat einen Haufen Bücher geschrieben, oder? Von dem waren bisher fast alle. Terminal Seven. Richard Sturgeon. Richard Sturgeon. Der hat ja alle geschrieben. Die Excedente. Okay, ne, das ist nicht von Sturgeon. Lups. Joa. Ansonsten sieht aus wie ein paar Konserven, oder so. Die da hinten noch irgendwie versteckt sind, aber na gut. So. Jetzt hätte ich auf der Karte aber eigentlich gesehen, dass hier da hinten ist noch eine andere Box. Da könnten wir gleich noch hin. Ich habe gefunden, wo sie die Kontrollbeirn gemacht haben. Ich kann jetzt hier hängen. Ja, normalerweise würden sie das nicht so nah an einem Körper von Wasser tun, aber ich denke, dass sie etwas Angst haben, um ein Feuer zu den Rücken zu rücken und zu zwei Forken zu rücken, jetzt dass es jemanden gibt. Ich bin etwas dafür wertvoll. Schauen wir mal, das Scout Camp ist am Süden des Rücken. Da sollte ein Pond auf dem Weg sein. Ich finde das Wortspiel aber ganz gut. Was ist das denn hier? Ja. Es gibt ein paar olden Schneemobiles hier. Das ist verrückt. Es sieht aus wie einer der pooren Bastards war über dieses Pond und hat es verletzt. Das war nicht ein tolles Gehen zurück nach Civilization. Oh, jemand hat diese Schneemobiles auf den Boden verletzt. Huh. Ich meine, das ist wunderschön, oder? Ich meine, ich kann mit ein paar nicht wunderschönen Reisen, dass jemand das hier machen würde, aber, was passiert ist, ja. Ja, das ist wunderschön. Hm. Na gut. Wird schön Grund haben. Hier ist ein altes Pond, nicht viel mehr als eine Pile von Mude. Hast du das auf Ihrer Erstellung? Ja. Ich weiß wo du bist. Ja? Wo bin ich? PORK POND. Es war ein schronft für es, aber, ähm, Leute haben es gebeten. Weil es heißt PORK POND? Das ist ein gutes nennen. Das schronft wäre toll in einer Dein, oder, warte, irgendwoher. In der Tat, na gut, wir nähern uns schon wieder dem Ende der Zeit und dort hinten scheint das Camp zu sein, ob wir dort tatsächlich jemandem begegnen werden oder auch nicht, man darf gespannt sein, vor allem darf man gespannt sein, wie die ganze Geschichte hier so weiter geht. Es wird ja scheinbar auch wieder ein bisschen Abend und so. Also ich sehe es als, naja, rennen wir des Nachts tatsächlich dann noch zum Zaun zurück und irgendwie, ich traue der ganzen Geschichte irgendwie nicht, ich fühle mich hier eindeutig nicht mehr sicher. Aber na gut, ist ja eigentlich so lange gut gegangen im Endeffekt, wenn man sich das mal so überlegt. Über 60 Tage, 70 Tage, da war quasi fast nichts. Wir haben ein normales Leben gelebt. Tja, na gut, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Ich sag dann jetzt für den Moment aber erstmal wieder tschüss mit Öl und hoffentlich bis ganz ganz bald.